Hallo und herzlich willkommen zu diesem Live. Es ist einfach Zeit mal live zu gehen und ich freue mich so richtig auf dieses Live. Ich nehme es auch gleichzeitig als vollständig Wunder hier mit dem Mikrofon. Ich nehme es gleichzeitig auf für den Podcast, weil ich will, dass das, was ich heute sage und das, was ich mitteilen möchte, Moin, hallo, dass das möglichst viele Menschen mitnehmen, deswegen nehme ich das gleichzeitig auch als Podcast auf. Ich habe heute zwei Intentionen oder zwei Richtungen und wie immer, ich habe kein Skript, ich habe nichts vorbereitet oder so, deswegen das Gespräch wird einfach auch in spannende Richtungen wahrscheinlich gehen, aber ich habe zwei Hauptintentionen und zwei Richtungen. Seid herzlich gegrüßt alle miteinander, Moin. Ich habe zwei Richtungen, in die ich gerne heute gehen möchte und die Sachen, die ich mit dir und mit euch teilen möchte. Und das eine ist auf das Coaching, was ich anbiete, bezogen. Das heißt, ich möchte konkret darauf eingehen, was ich eigentlich mache, für wen ich es mache, wie ich es mache. Und ich möchte dir auch ein konkretes Angebot machen, weil morgen ist ein besonderer Tag für mich. Moin, grüß dich, seid ganz herzlich gegrüßt. Morgen ist ein besonderer Tag für mich, ich habe morgen Geburtstag. So, normalerweise teilt man das ja nicht mit, man will ja irgendwie, dass Leute einem dann gratulieren und selber drauf kommen und so ein Blödsinn. Ich habe morgen meinen 30. Geburtstag und das ist was Spezielles für mich, weil ich bin dann halt 30. So, und das hat mich, wie immer Sachen, die mich zum Nachdenken bringen, auch mein 30. Geburtstag hat mich zum Nachdenken gebracht, einfach nochmal die letzten 30 Jahre Revue zu passieren, wirklich zu gucken, warum und deswegen auch der Titel von dem Live, warum mache ich eigentlich jetzt das, was ich mache? Warum mache ich das? Und warum will ich, dass es noch mehr Leute machen? Und um den morgigen 30. Geburtstag, den ich gar nicht so groß feiern werde, ich werde mit einem guten Freund von mir, mit dem Daniel, einen schönen Tag verbringen, ich werde mit meiner Frau schön frühstücken gehen, aber um diesen Tag zu feiern, habe ich etwas an meinem Coaching verändert oder habe etwas mit dem Coaching gemacht, was ich dir gerne anbieten möchte. Also das ist die eine Seite, ich möchte darüber reden, was es überhaupt mit diesem Coaching auf sich hat. Auf der anderen Seite möchte ich auch darüber sprechen, was genau oder warum genau ich tue, was ich tue, zum Beispiel coachen, Leute begleiten, was dahinter steckt und warum ich glaube, dass das so wichtig und so schön ist. Und sagt mir gerne, Entschuldigung, sagt mir gerne mal im Chat, für die Leute, die da sind, soll ich zuerst über das Coaching sprechen oder zuerst über, warum ich tue, was ich tue? Mal eine Eins fürs Coaching und eine Zwei fürs, warum tue ich, was ich tue in den Chat. Bin ich mal gespannt, was ihr wollt. So, moin, hi, seid ganz herzlich gegrüßt, moin Dominik. Gut, lege ich, ah, die Eins über das Coaching. Danke, Stefan. Geil. Fange ich an mit dem Coaching. Das ist auch ein Grund, warum ich das heute ankündigen möchte, weil morgen wird ein Post rauskommen, morgen wird auch eine Landingpage online gehen und ein E-Mail-Newsletter rauskommen an alle, die in den E-Mail-Newsletter entweder sich da eingeschrieben haben oder mit denen ich schon mal Kontakt hatte, Gespräche hatte, wo die E-Mail-Leadresse hinterlegt ist, die werden diesen E-Mail-Newsletter bekommen. Also, mein Coaching, beziehungsweise ist ja gar nicht mein Coaching, ist ja das, was wir zusammen machen, wenn wir dann zusammenarbeiten. Es gibt, ich sage erstmal direkt das Angebot. Das Angebot ist, ich werde morgen 30 und mir ist es wichtig, mir ist es richtig wichtig, mit mehr Leuten zu coachen, mit mehr Leuten im Gespräch zu sein, Leuten weiterzuhelfen. Das ist ja, warum ich das mache. Ich möchte ja Leuten weiterhelfen, persönlich zu wachsen, voranzukommen, klarer zu sehen, ihre Ziele zu erreichen, sich wirklich zu entwickeln. Warum, sage ich gleich alles. Das ist mir wichtig und mir ist es wichtiger, mir ist es wirklich wichtiger, als mir das Konto voll zu machen oder viel Kohle zu verdienen. Kohle verdienen, Geld verdienen, Geld machen, ist alles schön, ist alles wichtig, aber wichtiger ist es mir, Leuten weiterzuhelfen zu wachsen und selber daran zu wachsen. So, das heißt, ab morgen, ab meinem 30. Geburtstag, ab dem 11.06. biete ich alle meine Coaching-Programme, das sind drei, also drei Möglichkeiten der Zusammenarbeit, biete ich für 30% Rabatt an, für einen Monat. 30% ist eine ganze Menge und es wird richtig kribbelig, wenn ich das erzähle. Ich habe drei Coaching-Programme, das heißt, beim ersten, da arbeiten wir drei Monate zusammen, eins zu eins. Beim zweiten arbeiten wir sechs Monate zusammen, eins zu eins. Und dann habe ich noch ein Jahres-Mentoring-Programm. Das sind die drei Möglichkeiten der Zusammenarbeit, also im Grunde drei Monate, sechs Monate oder zwölf Monate sehr intensiv. Und alle drei Coaching-Programme sind jetzt für einen Monat um 30% reduziert. 30%, das heißt konkret, jetzt muss ich mal kurz die Landingpage mal aufmachen, oder gib mir eine Sekunde, da. Das heißt konkret, wenn wir drei Monate zusammenarbeiten würden, in einem eins zu eins intensiven Coaching, also ein individuelles Coaching, auch Inhalte stelle ich gleich vor, kostet das normalerweise, 3.500 Euro für die Zusammenarbeit. So, jetzt durch diesen 30%-Rabatt sind das 2.450 Euro. Das heißt, man spart sich ein bisschen mehr als 1.000 Euro. Mit dem eins zu eins Coaching über ein halbes Jahr, das ist auch individuell, das ist auch eins zu eins, einmal die Woche über Zoom, das kostet normalerweise 5.500 Euro. Und das ist jetzt reduziert auf 3.850. Das heißt, du sparst ungefähr, ja, ein bisschen weniger als 2.000 Euro, die du da sparst, wenn du dich jetzt dafür entscheidest. Also ich sage das übrigens jetzt nicht nur, ich sage das auch natürlich, um Kunden zu gewinnen, aber ich sage das jetzt nicht nur, dass du sagst, oh, scheiße, jetzt hier reduziert, ich kaufe das jetzt. Aber wenn du dir eh schon überlegt hast, mal ins Coaching zu kommen, wenn du dir eh mal überlegt hast, dich begleiten zu lassen, könnte das halt jetzt ein guter Anschubser sein, das zu machen. Also das war drei Monate, sechs Monate und dann habe ich ein Jahresmentoring. Das geht über ein ganzes Jahr und das ist sehr intensiv. Das heißt, das habe ich auch noch gar nicht verkauft. Also da habe ich noch mit keinem zusammengearbeitet. Da kommt zusätzlich zu dem ganzen 1 zu 1 Coachings und zu dem individuellen Begleiten. Stell dir das so vor wie, ich bin dein individueller, ich bin dein Teampartner. Ich arbeite mit dir zusammen, wir sind, wir telefonieren zwischendurch, wir treffen uns live. Also es ist wirklich richtig intensiv, es geht über ein Jahr. Das kostet normalerweise 25.000 Euro für das Jahr und das ist jetzt reduziert auf 17.500. So, das heißt, da sind das ungefähr 8.500 Euro weniger als normalerweise. So, das ist das Angebot zu meinem 30. Geburtstag morgen. Für einen Monat lang gilt das Angebot, 30% auf diese Coaching-Programme. Was machen wir eigentlich genau in diesem Coaching? Und da geht das Thema ja auch schon so ein bisschen in das, was ich eigentlich mache. Weil ich glaube, ein guter Coach, jemand, der andere Leute weiterbringen möchte, da geht es nicht um Wissensvermittlung oder nicht nur um Wissensvermittlung. Es geht hier nicht darum, dass ich dir irgendeine tolle Strategie beibringe oder dir irgendwie was aus einem Buch vorlese, was man auch auf YouTube oder sonst wo finden kann. Sondern ein Coach ist jemand, der, das ist zumindest meine Definition oder mein Anspruch, ich will Leuten helfen, wirklich zu wachsen, sich wirklich zu entwickeln. Nehmen wir das Thema Selbstbewusstsein, das ist so mein Kernthema. Auch das hat einen Grund, warum das mein Kernthema ist, weil das ist mein Thema. Ich will selbstbewusster werden. Ich merke, wie sehr ich oft nicht selbstbewusst bin. Und ich will selbstbewusster werden und ich entwickle mich da weiter. Und das möchte ich auch mit euch, mit dir teilen. Und nehmen wir das Thema Selbstbewusstsein. Du kannst darüber Videos gucken, du kannst Filme gucken, du kannst Bücher lesen, du kannst dich ganz tief mit dem Thema Selbstbewusstsein beschäftigen. Kannst du alles machen. Aber davon wirst du nicht selbstbewusst. Du fängst wirklich dann an, hallo, seid gegrüßt, du fängst erst dann an, wirklich selbstbewusst zu werden, dann an wirklich zu wachsen, wenn du dir die Themen in deinem Leben anguckst. Wenn du dir wirklich anguckst, wo bin ich nicht selbstbewusst? Was sind das für Gefühle, die ich spüre? Wo kommen diese Gefühle her? Wie kann ich diese Gefühle auflösen? Was muss ich in meinem Alltag tun, also wirklich tun, umsetzen, um zu wachsen, um selbstbewusster zu werden? Das ist was Praktisches. Ich habe das jetzt erlebt bei mir. Ich habe jahrelang Persönlichkeitsentwicklung sehr stark im Kopf betrieben. Ich habe das einfach, ich habe gelesen, ich habe gemacht, ich habe Ausbildung gemacht. Moin Pia. Ich habe alles Mögliche gemacht und ich habe geglaubt, ich habe wirklich geglaubt, ich wäre schon wahnsinnig toll gewachsen. Und ja, es hat sich bestimmt was entwickelt. Ich bin bestimmt irgendwie gewachsen. Aber erst da, wo ich angefangen habe, mir die unbequemen Fragen zu stellen und dahin zu gucken in meinem Leben, wo es weh tat, und da hatte ich zum Glück auch Coaches an meiner Seite, Menschen an meiner Seite, die mir da geholfen haben. Zum Beispiel meine Frau ist auch eine Person, viel getriggert, viel mir um die Ohren geworfen, was dazu geführt hat, dass ich angefangen habe, tiefe Sachen zu hinterfragen. Und da ist Wachstum stattgefunden. Und das Wachstum habe ich überhaupt gar nicht so gemerkt. Also ich bin jetzt nicht nach drei Monaten, oh, ich bin ja so gewachsen, sondern ich habe mich weiterentwickelt. Ich bin anscheinend gewachsen. Und erst vor kurzem hat meine Coachin, also eine Frau, die auch meine Frau und mich begleitet, zusammen, wir saßen zusammen und sie guckt mich an und sagt, Tobi, du hast dich komplett verändert. Du bist eine ganz andere Person als die, die hier vor vier Monaten noch saß. Du bist einfach eine andere Person geworden. Da ist mir das nochmal so aufgegangen. Das Wachstum, was ist, das braucht Zeit, danke dir, Stefan. Das braucht Zeit, das braucht auch Energie und das ist völlig in Ordnung. Das ist ein Prozess und deswegen ist es wichtig, den Prozess lieben zu lernen. Das ist jetzt ein Beispiel, warum ich glaube, dass Coaching wichtig ist. Also Coaching heißt nicht, ich habe ein Curriculum mit fünf Punkten und da bringe ich dir bei, das ABCDE und dann fürs Business das und fürs Private das und das bringe ich dir bei und dann ist alles gut. Nein, das heißt, wir gehen individuell rein in das, was dich beschäftigt, was dich bewegt. Wir lösen genau das auf, wo du gerade hängst und im besten Falle habe ich die Erfahrung auch schon mal gemacht und kann was von mir erzählen oder du kannst irgendwie eine Verbindung aufbauen mit meiner Geschichte und ansonsten helfe ich dir durch Fragen, durch Hinfühlen, durch Hinhören, durch Bewusstsein dazu, dass du deine Probleme und deine Engpässe lösen kannst und dass du wirklich zu der Person wirst, die du werden willst oder die du werden musst, wenn du gewisse Ziele hast, die du erreichen willst. Also das ist das, warum ich finde, das Coaching ist so zentral wichtig. Und ich glaube auch nicht, dass Menschen Coachings brauchen, also wenn ich von brauchen rede, ist das so wie Essen, Trinken, Luft und Wasser so, das ist so quasi, das brauchen wir, um zu leben. Du brauchst kein Coaching, warum nicht? Warte, da kommt jetzt mein Bild, hier, ich habe das vorbereitet. Ich habe hier so ein kleines Pille-Fitzchen, warte, ich zeige es dir. Kannst du dieses Ding hier sehen? Dieses Teil hier, das sieht aus, ich halte es auch mal in die andere Kamera. Das sieht aus wie so eine kleine Haferflocke, nur noch zärtlicher und noch kleiner und noch ein bisschen dünner. So ungefähr wie eine Haferflocke sieht das aus. Das Ding ist ein Same und dieser Same ist der Same für einen Mammutbaum. So, das ist ein Bild, das ist mir vor ein paar Jahren mal bewusst geworden, wie geil das ist und jetzt wird mir das aber erst wirklich bewusst, weil ich das anfange zu entdecken. Ein Mammutbaum ist ein riesen, fetter, krasser, dicker, großer Baum. Ich glaube, der größte Mammutbaum ist irgendwie 83 Meter hoch und 30 Meter im Durchmesser, also ein Riesenteil. Oder im Umfang ist das wurscht. Riesen, Riesenbäume. Da gibt es ja Bäume, da fährst du mit dem Auto durch, so groß sind die. Und die ganze Information, die ganze Information für diesen Baum, für diesen riesig fetten, großen, dicken Mammutbaum ist versteckt in diesem kleinen Samen. Das ist Wachstum. Deswegen glaube ich, du brauchst keinen Coach. Es ist nicht lebensnotwendig, weil alle Informationen, die du brauchst, um zu wachsen und weiterzukommen, die sind ja in dir drin, die hast du ja in dir drin, aber aufgrund unserer Vorerfahrung, diesen ganzen negativen Emotionen, unserer Erziehung, Baustellen, die wir uns selber gebaut haben, kommen wir nicht mehr in diesen, also wir können das nicht so richtig entschlüsseln. Das ist ja alles irgendwie versteckt und verborgen und oft fehlt uns der Glaube an uns selber, dass wir irgendwas Tolles machen, bewirken oder werden können. Oder es gibt andere Baustellen in unserem Leben, die dazu führen, dass wir das gar nicht entschlüsseln können. Deswegen Persönlichkeitsentwicklung ist ja nichts anderes, als wir entwickeln diesen ganzen Scheiß, um im Kern wieder zu dem zu kommen, was wir eigentlich sind. Größe, Schönheit, such dir deinen Lieblingsbegriff aus. Wahres Selbstbewusstsein, Bewusstsein, das ist alles in uns drin. So, warum biete ich jetzt trotzdem Coachings an? Ist ja fast ein bisschen widersprüchlich, dass ich sage, ich will dich coachen, andererseits, du brauchst keinen Coach. Aber du hast ja gerade rausgehört und das erkennst du in deinem eigenen Leben, das erkenne ich in meinem eigenen Leben. Ich bin manchmal so blind, ich bin nicht ehrlich zu mir selber, ich verarsche mich selber, ich lebe eine Lüge, ohne es zu merken. Ich glaube, ich wäre schon, das war ja meine Persönlichkeitswachstumsgeschichte, ich glaube, ich bin schon wahnsinnig weit. Marcel, genau, da haben wir drüber geredet heute. Wir haben uns live getroffen, Marcel und ich heute, das war richtig geil. Wir haben kurz ein Käffchen getrunken, 20 Minuten. Wir glauben, wir wären schon wahnsinnig weit. Wir haben ja so viele Bücher gelesen, wir haben ja so viele Informationen uns schon rausgesogen, dass wir gar nicht mehr sehen, wo ich wirklich dran arbeiten muss. Wie oft habe ich das mit Kunden im Gespräch, dass es darum geht, ganz simples Beispiel, Tagebuch schreiben. Wie, das hatte ich heute noch mit meinem Kunden, Tagebuch schreiben, um Gedanken zu reflektieren und wirklich im Kern dazu durchzudringen, was eigentlich in mir vorgeht. Das haben wir alle irgendwie schon mal gehört, oder? Das haben wir alle irgendwie schon mal gelernt. Das haben wir alle irgendwie schon mal gelesen. Aber machen wir es wirklich und nutzen wir es wirklich so, dass wir im Kern zu dem durchdringen, was wir eigentlich sind und diese ganzen Engpässe und diese ganze Kacke, die uns umhüllt, loszuwerden, ist schwierig. Es ist echt ein Prozess, der für, je nachdem wie du drauf bist, echt nicht leicht ist. So, und das ist genau das, wo ich gerne als Coach helfen möchte. Auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus, weil ich merke, wie hart sich das Leben verändert, wie positiv und schön und toll sich das Leben verändert, wenn man wirklich an diesen Themen arbeitet. Aber auch mit dir zum Beispiel oder mit meinen bestehenden Kunden. Immer wieder dahin zu gucken, wo es wehtut, wo wirklich Wachstumspotenzial ist und wo, wenn man da durchgeht und wenn man das bearbeitet, man auf einem anderen Ende, als andere Person rauskommt. Was mich motiviert hat, danke dir, gracias. Was mich, mein einziger Satz in Spanisch, den ich kann, ist nosotros estamos preocupados por ti. Aber den kann ich ja flüssig. Das, was soll ich sagen? Ach so, warum ich coache, warum ich das ja mache, ist ja genau diese Geschichte. Ich war, und Spuren davon sehe ich ja immer noch in meinem Leben, ja. Ich war super unsicher, hatte aber eine sehr extrovertierte und eine sehr laute Maske. Das heißt, nach außen war ich immer der Tobi, der Tobi, der Typ, der nach außen immer Party macht, immer gute Laune, immer Stimmung. Innerlich voller Selbstzweifel. Ich hatte den Glauben, null, irgendwas Geiles in meinem Leben bewirken oder erreichen oder tun zu können. Der Gedanke wie jetzt, ein Business aufzubauen, Coach zu werden, anderen Leuten zu helfen, Geld zu verdienen. Eigenes Geld zu verdienen oder vor Leuten zu stehen, was zu sagen oder sich hier so relativ easy vor die Kamera zu setzen und Sachen zu erzählen. Das war vor ein paar Jahren für mich ein Fremdwort. Das ging gar nicht. So eine Person war ich. Ich war so voller Selbstzweifel und ich wusste auch nicht, wer richtig war, wer ich war, wer ich eigentlich bin im Kern. Also ich war super unsicher. So und auf den Philippinen, da habe ich ja für ein paar Jahre gewohnt, zusammen mit meiner Frau. Da ist nach zwei Jahren durch viel Stress, externen Stress, internen Stress und so viele Sachen hochgekommen, dass ich wie so ein Burnout einfach mal weggekloppt bin für sechs Monate. Und diese Zeit war für mich so wichtig, weil da diese ganzen Selbstzweifel hochkamen. Diese ganzen Sorgen, diese ganzen Scheiße, wer bin ich eigentlich, wo will ich überhaupt hin und warum hasse ich mich so und so weiter. Diese ganzen Sachen kamen hoch. Und da habe ich mir zum ersten Mal einen Coach gesucht, der mir geholfen hat, das zu bearbeiten. Es war eine Woche intensiv, um da die Grundlage zu legen für Glaubenssätze, Bearbeiten, Selbstwert stärken, Selbstbewusstsein, Identität. Und das hat für mich so diese ganze Tür geöffnet in die Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe danach Bücher gelesen und Videos geguckt, Sport gemacht, habe an allen möglichen Bereichen gearbeitet, habe meinen Kopf gefüllt und viel in meinem Leben hat sich schon positiv verändert. Ich bin zurückgekommen nach Deutschland, habe eine Selbstständigkeit gestartet, nur um mich selber zu challengen, zu wachsen, wachsen zu müssen. Ich habe eine Coaching-Ausbildung angefangen, noch nicht, weil ich dachte, ich will Coach werden, sondern erst mal, weil ich dachte, ich brauche ja jetzt irgendwie was, was mir hilft, weiterzukommen. Das war geil. Viel war im Kopf, aber das war geil. Und das hat mich alles dahin geführt, dass ich im Laufe meiner Selbstständigkeit als Social-Media-Agentur-Mensch gemerkt habe, ey, dieses Coaching, das ist so geil. Das hilft mir ja so weiter. Ich fange an, mit Leuten darüber zu reden. Das verändert deren Leben. Ich fange an, ich habe so ein paar kostenlose Masterminds gemacht und so, wo wir dann über Persönlichkeitsentwicklung geredet haben. Und das war so geil. Das hat mich so erfüllt. Das war der Highlight der Woche. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, letztes Jahr im Sommer, ich mache das Vollzeit mit dem Coaching. Und da habe ich ja wieder diese, also das war schon eine Wachstumsstraße, aber da habe ich genau das Gleiche gemacht. Ich habe erst zusammen mit meinem Vater ein Unternehmen gegründet, wo wir Leute gecoacht haben, weitergeholfen haben im Vertrieb, ihr Business weiterzuentwickeln. Und das war doch, war okay, das war geil, aber es war immer noch nicht ich. Das war immer noch nicht das, was ich wirklich machen wollte. Ich dachte, ich wäre schon so weit. Ich dachte, ich könnte schon so viel helfen. Aber immer noch hatte ich eine starke Maske auf. Und auch da haben mir wieder Coaches und Leute und auch das Leben Signale gesendet, um mir zu zeigen, ey, Tobi, zieh die Maske ab. Was passiert, wenn du die Sachen hinterfragst, die dir am meisten wehtun? Da hatte ich Hilfe bei. Das war richtig geil. Und ich habe angefangen, Dinge zu hinterfragen und umzubauen. Und jetzt bin ich an dem Punkt und das ist ja immer noch eine Reise. Ich sage nicht, ich bin an dem Punkt, weil es so geil ist, sondern es ist ja eine Reise. Aber mit zunehmendem Wachstum kommt auch zunehmendes Bewusstsein dafür, was eigentlich in meinem Leben passiert. Wenn jetzt negative Gefühle kommen in verschiedenen Bereichen, dann sehe ich das mittlerweile. Wo kommen die her? Wenn ich jetzt Coachings führe, dann fange ich an, das zu spüren, auch bei der anderen Person. Wo steht die andere Person? Was sind die Probleme? Wie kann ich helfen, die Probleme aufzulösen? Das ist geil. Das ist richtig, richtig geil. Aber es ist trotzdem erst der Anfang. Das ist trotzdem erst der Anfang. So, jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich sage, ey, Business und diese ganzen Themen drumherum, das ist doch alles das Gleiche. Wenn wir uns persönlich nicht transformieren, nicht wachsen, wenn wir uns persönlich nicht verändern, verändert sich die Welt um uns herum auch nicht. Wenn wir uns persönlich nicht entwickeln, entwickelt sich die Welt um uns herum auch nicht. Das heißt, egal, ob du im Business aktiv bist, in deiner Selbstständigkeit oder ob du ein Privatmensch bist, der aber in anderen Bereichen in seinem Leben weiterkommen will, in seiner Beziehung, in seinen Hobbys, in seinem Nebengewerbe, wie auch immer. Du bist der Deckel. Du bist der Deckel, nichts anderes für deinen eigenen Erfolg. Und die Welt, die du siehst, die ist nicht so, wie sie ist, sondern die ist so, wie du sie wahrnimmst. Das heißt auch da, wenn du dich entwickelst, wenn du ein stärkeres Bewusstsein entwickelst oder ein höheres Bewusstsein, wie auch immer, entwickelst, dann siehst du die Welt mit anderen Farben, mit anderen Augen. Ich hatte vor kurzem jetzt das Erlebnis, jetzt komme ich dir ins Erzählen, du siehst, ich habe das nicht vorbereitet. Ich sage nicht, dass ich schon besonders weit wäre. Was ich aber merke, ist, ich fange langsam an, wenn ich jetzt, das hört sich vielleicht ein bisschen interessant an, für mich ist das eine neue Sache, wenn ich jetzt den Baum vor der Tür sehe, fange ich plötzlich an, dass ich das Gefühl habe, der Baum ist nicht mehr derselbe Baum, der er vor einem halben Jahr war. Also irgendwie ist der anders, die Farben sind irgendwie anders. Marcel schreibt es, never the system, it's always you. Der Baum ist irgendwie, es fühlt sich anders an, dieser Baum. Der Baum hat sich nicht verändert, der ist ein bisschen gewachsen vielleicht. Der ist jetzt gerade natürlich, hat er wieder Blätter. Was sich verändert hat, bin ich. Dadurch nehme ich die Welt anders wahr. Ich nehme andere Menschen anders wahr. So, runtergebrochen aufs Coaching. Da war wieder den Bogen gespannt quasi. Mein Anliegen ist es, oder warum ich mache, was ich mache, was übrigens noch dazu kommt ist, jetzt komme ich wieder ans Erzählen. Ich bin auch so ein, zum Beispiel in der Schule, ich bin immer, ich bin gemobbt worden. Also ich bin in der Schule, ich war kein beliebtes, selbstbewusstes Schulkind. Ich bin in einer sehr engen christlichen Gemeinschaft groß geworden, was sehr viel mit meiner Identität gemacht hat. Also auch negativ, ja, wo ich sehr viel verlernt habe, wo ich nach wie vor viel meiner Schuldgefühle oder meiner Engpässe in meinem Alltag komme daher. Und ich habe mich so weiterentwickelt und ich will mich immer weiterentwickeln. Ich bin so gewachsen, dass es mein Anliegen ist, anderen Leuten dabei auch zu helfen. Macht ja Sinn, ne? Also das, was ich selber erlebt habe in meinem Leben, was komplett life-changing war, was mich verändert hat, das möchte ich weitergeben an andere Menschen. So, und deswegen, deswegen biete ich zum Beispiel diesen Rabatt an. Der Nebeneffekt ist auch, ja, ich wünsche mir, dass vielleicht Leute, ohne dass ich jetzt Akquise machen muss oder Verkaufsgespräche für einfach sagen, ich habe Bock da drauf, ja, das ist rabattiert, lass mal machen. Finde ich geil. Mein Hauptanliegen ist, ich will einfach, ich will zehn neue Leute von euch, möchte ich gerne in meinem Coaching haben. Ich möchte euch gerne begleiten zu wachsen. Ich möchte gerne mit euch zusammen rausfinden, wo stehst du gerade, wo hängst du gerade, was sind gerade genau deine emotionalen Blockaden, was ist gerade das, was in deinem Leben dich zurückhält, wo kommt dein geringes Selbstwertgefühl oder dein geringes Selbstbewusstsein her, zum Beispiel, wenn du damit ein Problem hast. Warum hast du den Durchbruch im Business noch nicht? Diese ganzen Themen mal sich anzugucken, durchzuarbeiten und sich dann Stück für Stück für Stück für Stück weiterzuentwickeln. Ich glaube, meine Kunden, ich weiß nicht, habe ich hier ein paar Leute, sind hier ein paar Leute im Chat, mit denen ich auch zusammen arbeite. Wenn ja, schreibt gerne mal unten rein, mein Coaching hat sich grundlegend verändert. Die Art und Weise, wie ich mit Leuten rede, hat sich permanent verändert und es wird sich auch weiter verändern. Aber mein Herzensanliegen ist wirklich, dass Leute nach vorne kommen, dass sich Leute entwickeln, dass sich Leute verändern, weil das will ich von mir selber auch. Und in dem Maße, wie ich Menschen helfen kann, sich weiter zu... Justin, grüß dich! Wenn du Lust hast übrigens, Justin, und auch was zum Coaching sagen willst, natürlich nur Positives, dann stell gerne eine Beitragsanfrage und wir unterhalten uns kurz. Aber fühle dich nicht gezwungen, also alles easy. Was, in dem Maße, wie ich mich weiterentwickele, kann sich das Coaching weiterentwickeln, kannst du dich weiterentwickeln. Und ich möchte nicht nur irgendwie ein Vorbild oder ein Mentor oder ein Guru oder sowas sein, überhaupt nicht. Sondern mein Anliegen ist es wirklich, dich maximal dabei zu unterstützen, zu wachsen. Deswegen das Sonderangebot, 30% auf alle Coaching-Produkte, das heißt, das 3-Monats-Coaching-Programm, 6-Monats-Coaching-Programm und das 12-Monats-Mentoring-Programm gibt es jetzt für 30% Rabatz ab morgen. Morgen ist mein 30. Geburtstag. Ab morgen für einen Monat. Und ich freue mich sehr darauf, wenn das für den einen oder anderen von euch auch relevant ist oder das Spaß macht. So, das habe ich gesagt. Ach so, genau. Wie kann man das in Anspruch nehmen? Genau, ganz kurz da noch zu und dann gehe ich noch mal ein bisschen in dieses Wachstumsthema rein. Ich habe die, in der Bio ist ein Link zu meiner Website. So, und da gibt es eine Seite, tobi-krieg.com slash 30-Jahre-Aktion. Also 30 Jahre Aktion. 30-Jahre-Aktion ist aber auch oben im Menü verlinkt auf der Webseite tobi-krieg.com. Und da sind so ein paar Infos dazu. Da ist ein Knopf, da steht Bewerben oder Reservieren oder sowas drauf. Und da bekommst du einen kleinen Fragebogen, den du ausfüllen kannst. Da wird noch nichts gebucht. Kein Geld geht weg. Kein Sonstwas. Keine Sorge. Darum geht es gar nicht. Sondern da erstmal schreibst du ein paar Informationen über dich, warum du das willst, wo du hin willst und so weiter. Und dann unterhalten wir uns mal eine halbe Stunde. Und wenn du danach das Gefühl hast, und ich auch das Gefühl habe, es ist ja immer zweiseitig, dass das zusammen passt, dass dir das hilft, dass ich mir das zutraue und dass wir wirklich zusammen den Weg gehen können, dann können wir darüber reden, ob das Angebot oder auch das Coaching für dich interessant ist. Aber wenn du ein gutes Gefühl hast, dann möchte ich dir wirklich Mut machen. Wenn du ein gutes Gefühl hast oder du schon mal nachgedacht hast, dich coachen zu lassen, dass dir das was bringt, dass es geil ist, dass du wirklich da so ein paar Sachen entwickeln kannst, um zu der Person zu werden, die du wirklich werden willst oder werden musst, damit es weitergeht bei dir im Leben, dann nutz die Chance einfach. Also nutz die Chance einfach, schreib dich da ein, ist erstmal komplett unverbindlich, wir unterhalten uns mal. Und wenn das dann passt, ist geil. Und wenn das nicht passt, ist auch völlig in Ordnung. Ich habe das auch mit vielen Leuten, vielleicht sind hier auch ein paar Leute davon dabei, mit denen ich mich einfach mal so für eine halbe Stunde unterhalten habe. Und im besten Fall ist es dann ein hilfreiches Gespräch, ein kostenloses Coaching oder so, aber keine Verpflichtung, da jetzt weitermachen zu müssen. Wie gesagt, 30 Prozent für einen Monat. So, dann wollte ich euch jetzt noch ein paar Inhalte zeigen. Warte, ich gehe mal hier mal rein. Coaching, vom Coaching-Stil her. Mir ist es immer sehr, sehr wichtig beim Coaching, oder ist das hier das Falsche? Da ist es doch hier. Mir ist es immer sehr, sehr wichtig, dass es individuell ist. Das heißt, wir Menschen, wir sind zwar uns ähnlicher, als man das manchmal sich eingestehen will, aber wir sind auch alle irgendwo verschieden. Das heißt, ein Coaching ist immer individuell. Wenn es in persönliche, auch emotionale Engpässe geht, wenn es darum geht, was in deinem Leben hat dazu geführt, dass du jetzt dich selber sabotierst, dass du motivationslos bist, dass du nicht weitergehst. Das hat ja Gründe, das kommt ja irgendwo her. Und das ist immer individuell. Das heißt, der Großteil des Coachings ist wirklich individuell Fragen stellen, Antworten, reinfühlen, mal gemeinsam eine Runde heulen und wirklich die Sachen auflösen, die dazu führen, dass du jetzt wahrscheinlich ein Problem hast. Und damit, dass du es dann erkennst und dass du weißt, wie du damit umgehen kannst, dieses Problem dann einfach nicht mehr so einen starken Griff an dir hat. So, das ist individuell. Und trotzdem habe ich so ein Curriculum, wie so einen Plan, der uns über die drei oder sechs Monate begleitet, wo, und den zeige ich dir jetzt einfach mal. Ja, das sind also grob die Inhalte, die kommen. Und zusätzlich dazu kommt halt so der individuelle Part. Ich zeige dir jetzt einfach mal die Abschnitte von meiner, Dings, weil ich muss gerade mal auf meinen Kalender gucken. Ich weiß gar nicht, wann habe ich den nächsten Termin? Ja, halbe Stunde haben wir noch. Zeige ich dir einfach jetzt mal die Inhalte, die ich gerne besprechen möchte mit dir. So, das ist jetzt aus einem Keynote einfach die Überschriften-Slides sozusagen. Also, die erste Einheit oder das erste Thema ist ein klares Bild der Zukunft. Da geht es wirklich darum, zu definieren, wo stehst du gerade, wo willst du hin. Ist da ein klares Bild? Wenn ich hier mal zum Beispiel in so ein paar Schaubilder reingehe, komm, geh auf, kabum, in so ein paar Schaubilder reingehe, was ist dein jetziges Ich, was ist dein zukünftiges Ich, inwiefern hat deine Vorstellungskraft und dein Glaube und dein altes Ich in welche Richtungen zeigen, die sind hier auf ein Ziel ausgerichtet oder nicht, um wirklich dafür zu sorgen, dass dein klares Bild auch, dass du das in dein Leben siehst. Dann reden wir über das Ego und die Emotionen. Das heißt, wo halten dich deine negativen Emotionen zurück? Wo kommen die her? Was ist eigentlich dieses Ego? Also das Ego, die Instanz quasi, die uns immer wieder zu der alten Version unserer Selbst zurückhält. Und wenn du das schon kennst oder schon mal gehört hast, sehr, sehr geil, wenn du damit noch nichts anfangen kannst, lass uns einfach gerne mal sprechen. Das ist ein sehr, sehr tief und sehr praktisches Thema. Dann geht es in die menschlichen Grundbedürfnisse. Also warum machst du, was du machst? Was versuchst du damit zu erfüllen? Und was für Tätigkeiten kannst du vielleicht tun, oder wenn du negative Sachen tust in deinem Leben, die nicht hilfreich sind, du damit ein Grundbedürfnis erfüllen willst, was kannst du noch nutzen, um dieses Grundbedürfnis zu erfüllen? Also auch wieder sehr praktisch. Wer bist du eigentlich? Was ist die Identität? Womit identifizierst du dich? Ist es gut, dass du dich damit identifizierst? Und wer sind wir eigentlich im Kern? Die Welt ist dein Spiegel. Super praktisch. Wie funktioniert Persönlichkeitsentwicklung wirklich? Und wie kann ich dafür sorgen, dass auch ohne Coaching ich in Zukunft in der Lage bin, mich immer selber weiterzuentwickeln, indem ich weiß, die Welt ist mein Spiegel? Werde zum Beobachter. Auch das ist eine richtig geile Einheit, wo es darum geht, dass wir uns bewusst aus einer Situation rausziehen können, dass wir die Emotionen und die Dinge, die bei uns im Leben hochkommen, dass wir die beobachten können, ganz neutral und daraus Rückschlüsse ziehen können, was in unserem Leben gerade passiert und wie wir es lösen können. Da gibt es auch so ein Modell, das macht ja auch einfach Spaß. Erfolgsgewohnheiten. Das ist auch ein sehr praktisches Modul, wo es darum geht, schlechte Gewohnheiten aus dem Leben zu entfernen, neue hinzuzufügen. Da geht es ein bisschen um Theorie, aber immer mit dem Fokus, in der Praxis die Dinge umzusetzen, neue Gewohnheiten aufzubauen und zu der Person zu werden, die wir werden wollen. Dann reden wir über Quick Fixes. Quick Fixes sind, ich bin kein Freund davon, also Persönlichkeitsentwicklung dauert einfach auch Zeit und das ist in Ordnung. Also Persönlichkeitsentwicklung ist halt eine Entwicklung, es ist Wachstum. Aber es gibt ja trotzdem Möglichkeiten, wie zum Beispiel, wie du hier siehst, Yoga, Sport, Meditation, es gibt Atemübungen, es gibt verschiedene Sachen, die einen schnell auch aus einer Negativspirale herausbringen können. Darüber sprechen wir. Dann zum Beispiel, werde der Erschaffer, das Gesetz der Resonanz, auch das ist ja seit Filmen wie The Secret ziemlich in aller Mund und trotzdem erleben viele, und auch da erzähle ich mich dazu, die Konsequenz davon gar nicht so wirklich in ihrem Alltag. Obwohl sie sie die ganze Zeit erleben, aber das ist einfach spannend. Also darum geht es, wie funktioniert das Gesetz der Anziehung, der Resonanz wirklich? Wie kannst du die Früchte davon auch ernten? Also wie funktioniert das? Und was hat das wieder mit Emotionen, mit persönlichem Wachstum zu tun? Das ist richtig geil. Und das letzte Modul, was ich heute vorstelle, Selbstbewusstsein. Was ist Selbstbewusstsein wirklich? Und was hat das zu tun mit Verletzlichkeit, mit Ehrlichkeit? Und wie ist das wieder im Leben so anwendbar, dass du direkt auch siehst, wie sich Dinge in deinem Leben verbessern, verändern, auf das nächste Level heben. So, das ist so grob. Lass gerne mal ein paar, also ich weiß nicht, wie du das empfindest, ich finde es halt wirklich richtig geil. Und wenn du das Gefühl hast, das ist ein gutes Programm, schick gerne mal ein paar Herzchen hoch, ein paar Einsen in den Chat oder irgendwie sowas. Gib mir mal ein bisschen Feedback, weil ich sehe dich ja nicht. Das ist zum Beispiel, dieses Programm ist entstanden aus allen möglichen Sachen, die ich gelernt habe, Programme, die ich gemacht habe, Bücher, die ich gelesen habe und so weiter. Aber vor allen Dingen, die Basis von dem Programm ist mein eigenes Erleben. Ist das, was in meinem Leben einen Unterschied gemacht hat. Das, was gerade auch im Prozess ist, in meinem Leben einen großen Unterschied zu machen, was ich weitergeben möchte. Dankeschön für die ganzen Herzen. Es war Shipping for Compliments. Und das möchte ich gerne mit dir oder mit euch teilen, besprechen in dem Coaching. Wenn du dazu Fragen hast, wenn irgendwas unklar ist oder du überlegst, aber bist du dir nicht so sicher, dann nimm dir ein kostenloses Vorgespräch. Das kannst du dir jederzeit buchen unter dem Link in der Bio oder über die Website. Oder sicher dir das Angebot schon. Lass uns darüber sprechen. Das ist natürlich auch gar kein Problem. Und danke für die ganzen Herzchen. Und jetzt mal kurz ein Schlückchen Kaffee trinken hier. Ich habe das Gefühl, irgendwas fehlte noch von dem, was ich ursprünglich sagen wollte. Aber ich glaube, das meiste ist gesagt. Ja, das meiste ist gesagt. Ich möchte mit so ein bisschen Dankbarkeit abschließen. Dankbarkeit ist übrigens auch so eine Art Quick-Fix. Dankbarkeit kann man üben und fühlen und diese Energie der Dankbarkeit auch mit durch den Tag nehmen. Und ich habe das im letzten Rundbrief geschrieben und habe verschiedene Reaktionen darauf bekommen, dass ich geschrieben habe, wie dankbar ich bin auch für diese Community, wie dankbar ich bin für dich, für euch in dieser Community, in alle Kontakte, die ich hatte, alle Vorgespräche, die ich hatte, alle Akquise-Kontakte, die ich geführt habe, alles Mögliche. Und ich bin so unfassbar dankbar dafür. Und ich habe Reaktionen zurückbekommen, die das total geil fanden. Und danke, dass du dich bei uns bedankst. Das war der E-Mail-Newsletter. Und da habe ich andere Kontakte aber auch gehabt, die sich damit so ein bisschen, also hey, was war denn daran jetzt Besonderes, das, danke Stefan, was war denn daran jetzt Besonderes, wie soll ich jetzt in so einer halben Stunde dein Leben verändert haben, obwohl du mich akquirieren wolltest, weißt du? So. Und damit möchte ich einfach abschließen. Ich bin wirklich, 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 wirklich dankbar für dich als Person, für, egal ob wir uns jetzt gut kennen oder nicht gut kennen, aber dadurch, allein schon, dass du hier bei Instagram dabei bist, dass du zusiehst heute, dass du dich für die Themen interessierst, dass wir schon mal Gespräche hatten miteinander, alles das trägt dazu bei, dass ich die Chance habe, mich persönlich weiterzuentwickeln. Ihr habt mich gespiegelt in Situationen, wo, Marcel, danke dir auch, ihr habt mich gespiegelt in Situationen, wo ich mich selber besser kennenlernen konnte und Dinge verändern und daraus wachsen konnte. Ihr habt mir die Chance gegeben, überhaupt eine Plattform zu haben, von Themen zu erzählen. Und ihr habt auch die Veränderungen teilweise miterlebt. und jedes Gespräch, jeder Kontakt, jedes Liebewort, auch jede Kritik, es kommt ja dazu, auch jedes Negative, jede Kritik, die wieder dazu führt, selbstbewusster zu werden, damit umgehen zu lernen, zu gucken, was ist da dran, was ist nicht da dran und zu reflektieren, wie haben sich diese Kritik, jetzt sieht das auf mich ausgewirkt. Das alles ist Teil von meiner persönlichen Wachstumsreise und ich bin unfassbar dankbar für jeden. Also wenn du das siehst bei, vielleicht siehst du das ja auch bei dem Podcast oder hörst du das im Podcast, dieser ganze Support, diese ganze Energie, die hier so zusammenkommt, war für mich oder ist immer noch für mich unfassbar wichtig. Ich bin mega, mega dankbar dafür. Das heißt, egal ob wir zusammenarbeiten werden, ob du Bock hast auf dieses Angebot, was ich dir gemacht habe oder nicht, fühl dich einfach mega gewertschätzt, fühl dich einfach mal gedrückt. Ich darf übrigens noch lernen, merke ich gerade, mehr Liebe zu zeigen. Menschen zeigen und Leuten wirklich zu sagen, dass ich sie wertschätze. Ich habe mir das mal bei manchen Kunden angewöhnt, wenn ich es wirklich fühle, einfach zu sagen, ich habe dich lieb und das hat eine enorme Auswirkung, sowohl auf mich als auch auf die andere Person. Ich habe dich lieb und ich freue mich, dass du zugehört hast, dass du zugesehen hast, dass du mich supportest und ich will dich auch supporten und wenn ich irgendwie die Chance habe, dir zu helfen, in deinem persönlichen Wachstum, lass uns gerne sprechen. Ich freue mich, wenn wir uns auf der einen oder anderen Art und Weise wiedersehen. Ich fühle dich auch gedrückt, Pia. Einen wunderschönen Tag wünsche ich, wenn mir noch das einfällt, was ich vergessen haben sollte, mache ich einfach nochmal ein Live und auch an alle Zuhörer hier im Podcast, die Folge kommt ja auch im Podcast raus, weil es mir einfach wichtig war, das klarzustellen, auch dieses Angebot zu machen. Danke für deine Zeit, danke, dass du dich mit der persönlichen Entwicklung beschäftigst, weil wenn wir uns alle persönlich weiterentwickeln, verbessern wir die Welt. Boah, epischer Schlusssatz. Jörg, danke dir auch und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.